Servus, Grüezi und Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Sossi Spielwiese. Ich bin der Sossi, das sind meine Hände und ich habe euch was Feines mitgebracht. Ja genau, etwas von Lego und damit habt ihr es auch richtig erkannt. Wir sind im Klembaustein Vlog und das, was ich von Lego mitgebracht habe, ist ein Monkey Kid Set. Mein allererstes Monkey Kid Set, was ich hier auf diesem Kanal vorstelle, vielleicht aber nicht das letzte. Und genauer gesagt ist das hier die 8008 von Lego und zwar Monkey Kid's Cloud Jet oder wie er auf Deutsch heißt, Monkey Kid's Vulcan Jet. Jawohl, Monkey Kid selber ist eine sehr neue Serie bei Lego, erst wenige Monate alt. Und diese Serie gibt es auch aktuell nicht im regulären Handel zu kaufen, also habe ich das hier im Online-Shop bezogen. Ihr kriegt es aber auch natürlich in den stationären Shops bei Lego, aber es gibt es nicht eben irgendwie bei, keine Ahnung, Kaufhoch oder sowas zu kaufen oder bei Ihrem Händler oder so. Gibt es nicht, außer der hat es irgendwo bei Lego gekauft und verkauft es weiter, aber da würde er wahrscheinlich Verlust machen. Dieses Set kostet mit 529 Teilen, kostet, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir momentan die Mehrwertsteuersenkung noch haben, aber eigentlich regulär ist, glaube ich, UVP 49,99. Ich habe irgendwas 48,73 oder sowas bezahlt, das ist das, was momentan aufgerufen wird, aber offiziell sind es rund 50 Euro für 529 Teile. Wie ihr sehen könnt, ist es ein Jet und dieser Jet hat hier vorne noch ein Motorrad und hat Minifiguren. Das werde ich alles noch genauer erklären. Ich würde jetzt gerne erstmal den Jet nach hinten schieben und dann würde ich gerne erstmal die Packung zeigen. Das ist sie, die Packung Monkey Kid, hier oben mit so chinesischen Schriftzeichen dabei, ein 8 Plus Set laut Lego und hier unten vier Minifiguren, nämlich die Eye, der Monkey Kid, Red Sun und Growl. Und ich werde gleich nochmal ein bisschen was zum Monkey Kid und dem ganzen Hintergrund erzählen, aber erstmal schauen wir noch die Packung an und dann werden wir vielleicht auch ein bisschen mehr zu den Figuren noch erfahren. Das ist die Rückseite, die Abenteuer der Rückseite. Also wir haben einmal hier den Jet und dann haben wir hier einen der Gegenspieler von Monkey Kid mit so einem Jetpack. Ein Hauptfeature dieses Fluggerätes ist, dass man dieses Motorrad sozusagen wegfeuern kann, nach vorne in die Frontrichtung, damit der Monkey Kid sozusagen aus dem Flug heraus sofort eingreifen kann. So, das ist jetzt noch die Seite hier. Ich weiß nicht, ob ihr das so einigermaßen seht, ohne dass ich hier irgendwas umhauen. Das ist die Seite, das ist die Seite und da steht auch noch was. Was mir gut gefällt, ist die Illustration. Das ist jetzt hier quasi ein neuer Franchise innerhalb der Lego-Welt und entsprechend gibt es dazu natürlich auch Cartoons und keine Ahnung, vielleicht auch noch Comics oder ähnliches. Jedenfalls einen neuen Style. Und dieser Style, der ist eine Mischung aus Comic, aber so noch immer natürlich mit Lego-Elementen, wie zum Beispiel die Hände und so. Hat aber, finde ich, schon einen Unterschied zu Ninjago. Okay, so, die Packung haben wir angesehen. Und damit würde ich gerne mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier auf die Innereien zu sprechen kommen, kurz was zu Monkey Kid erzählen. Zumindest das, was ich bis jetzt so verstanden habe. Also, was ist das überhaupt? Und warum ist das exklusiv im Lego-Shop zum Beispiel im Moment erhältlich? Und was hat es damit auf sich? Ich habe eine Theorie. Meine Theorie ist, dass eine der besten, wichtigsten, meistverkauftesten Lego-Welten Ninjago ist. Und Ninjago ist ja auch, was Asiatisches, allerdings japanisch. Da geht es ja um Ninja und Samurai und das geht alles in die japanische Richtung. Sau erfolgreich. Gibt es aber schon sehr, sehr lange vergleichsweise mit sehr, sehr vielen Cartoons, etlichen Staffeln Ninjago. Mit sehr, sehr vielen Sets. Und zwar auch Sets, die sich teilweise wiederholen, wie zum Beispiel, es gibt ja irgendwie den Donnerjet und den Kaisjet. Und die sehen ja fast gleich aus. Einer ist rot, der andere ist blau. Der eine hat das Feature, der andere das. Dann Helikopter und ähnliches. Und alles wiederholt. Drachen gibt es unheimlich viele in Ninjago. Und das wiederholt sich alles so sehr. Und jetzt ist halt die Frage, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt zwei Theorien, warum es Monkey Kid als Serie gibt. Die eine Theorie ist, dass Lego so ein bisschen in den chinesischen Markt eindringen möchte. Und damit etwas Kompatibles für den chinesischen Markt herstellt. Die eine Theorie, dazu wird auch passen, dass sozusagen Lego das im Moment nur im Lego Shop anbietet und nicht hier im freien Markt verkauft. Die zweite Theorie, die ich jetzt mal so mir überlegt habe, ist, ich glaube, dass Lego etwas sucht, was Ninjago ein bisschen beerben kann. Und zwar etwas, das so ähnlich ist wie Ninjago, aber natürlich nicht gleich, sodass man quasi nochmal einen Reset, einen Reboot machen kann. Für mich ist Monkey Kid im Endeffekt ein Ninjago-Reboot im chinesischen Bereich, aber ähnelt sich doch ziemlich stark, weil es halt, ich sag mal, in eine ähnliche geografische Richtung geht. Und man kann das halt alles nochmal erzählen, halt nur nicht mit Samurai-Ninja, sondern hier mit Kung-Fu-Figuren und Ähnlichem. Aber im Endeffekt, ich glaube, ich suche Lego einfach etwas, mit dem sie an den Erfolg von Ninjago anknüpfen können, der offensichtlich weltweit groß ist. Also weltweit scheint man gerne mit Samurais und Ninjas zu spielen. Aber es muss mal was Neues sein, damit man auch mal neue Figuren und neue Geschichten und neue Sets an den Mann bringen kann und neue Modelle. Und das könnte hier sozusagen ein Reboot des Ganzen sein. Und wahrscheinlich könnte es sogar beides sein, nämlich, dass man versucht, den asiatischen Markt so ein bisschen zu gewinnen und gleichzeitig versucht, Ninjago zu beerben. So, das ist meine Theorie dazu. Es gibt zu Ninjago, äh, zu Ninjago, sag ich schon, zu Monkey Kid, ein Cartoon. Ich weiß noch nicht, wie erfolgreich der ist, beziehungsweise in welchen Ländern der schon ausgestrahlt wird. Aber es gibt ein Cartoon dazu und die Hintergrundgeschichte des Ganzen möchte ich auch kurz umreißen. Also ich weiß nicht, wer sich hier so ein bisschen mit chinesischer Mythologie auskennt, aber es gibt den sogenannten Affenkönig. Affenkönig ist eine Art, ich sag mal, eine Gottheit. Also der Affe ist ja im Chinesischen sowieso immer was Besonderes. Und der Affenkönig ist so eine Art Gottheit oder Halbgott. Sowas wie bei uns, äh, keine Ahnung, Odysseus, äh, Herkules. Also, äh, also so mythologische Helden, die vielleicht auch teilweise, ähm, göttliches Blut im, ähm, haben. Sowas wie Herakles oder Achilles oder sowas, ne? Sowas ähnliches ist der Affenkönig halt im, ähm, chinesischen Bereich halt auch basierend auf irgendeiner mythologischen Geschichte, die vielleicht damals, als sie rausgekommen ist, äh, im wievielten Jahrhundert, äh, eher so eine Art Märchenbuch war. Und mittlerweile halt einen hohen kulturellen Stellenwert innerhalb der, äh, der chinesischen Gesellschaft hat. Und diesen Affenkönig, den findet man, weil er eben Teil der Kultur ist, relativ häufig in Filmen oder, äh, ja, also, ich kenne ihn zum Beispiel aus verschiedenen Jackie Chan Filmen und so weiter. Da gibt's öfter mal, ähm, eine Figur, die irgendwie auf Wolken reitet und so weiter und Kung Fu kann und er aussieht wie so ein halb Mensch, halb Affel. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Genau, und dieser Mythologie bedient sich Lego hier, verfachtet das Ganze aber in die Neuzeit. Und zwar, ähm, ist es eigentlich, ähm, von der, von der Vorgeschichte so, es gibt den, es gibt so einen Oberbösewicht, einen Dämon, das ist der Bullenkönig. Und der Bullenkönig, ähm, oder der Stierkönig, wahrscheinlich im Deutschen, der Stierkönig, ähm, möchte irgendwie die Menschheit versklaven, vernichten, unterjochen, was auch immer. Und ihm stellt sich der Affenkönig in den Weg. Und der Affenkönig hat eine besondere Waffe, nämlich, äh, das kann ich euch mal zeigen, diesen Stab hier. Und dieser Stab, der kann alles Mögliche, der ist, ist quasi ein Allrounder, der kann zaubern und sich vergrößern und Sachen beschwören und, oder auch einfach nur draufschlagen, das geht natürlich auch. Und mit diesem Stab schafft es der Affenkönig, den Stier, König heißt ja wirklich Bullking, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber jedenfalls diesen Stierdämon, ähm, Dämonen zu besiegen. Und unter einem Berg zu begraben und um das quasi so zu haben, dass der sich nie wieder befreien kann, haut der Affenkönig den Stab so in den Boden. Und nur wer würdig ist, darf diesen Stab wieder entfernen. Und somit hat Lego auch noch gleichzeitig ein bisschen, ähm, King Arthur Mythologie mitgebracht, König Arthur, König Arthur Mythologie, in die Monkey Kid Geschichte. Und eigentlich beginnt die ganze Sache so, dass es dann viele hundert Jahre in unserer modernen Neuzeit, ähm, haben wir hier den Monkey Kid, der aber noch nicht der Monkey Kid ist, sondern eher der Nudelboy, ähm, weil er nämlich Nudeln ausfährt. Und aber ein großer Fan vom Affenkönig ist und seiner ganzen Mythologie, der weiß alles über den Affenkönig. Und er stolpert beim Nudelausliefern, dummerweise über eine Situation, nämlich, dass die Familie vom Stierdämon, Anführer, versucht, diesen Dämon zu befreien. Und wie macht sie das? Sie will versuchen, den Stab rauszuziehen. Und die Familie besteht aus, ähm, einer Zauberin, das ist die Frau vom, ähm, Stierdämon und die, und der Sohn ist auch mit am Start. Der Sohn ist übrigens, um auf die Packung zurückzukommen, er hier, der Red Sun. Genau, und die versuchen das und tatsächlich, der Red Sun schafft es auch, diesen Stab rauszuziehen. Und der, ähm, Monkey Kid hier, der noch kein Monkey Kid ist, in dem Moment beobachtet das Ganze. Und sie befreien wirklich diesen Minozaurus oder diesen, diesen, diesen Stier, Stier, ähm, Dämon. Und sind schon wieder dabei, Pläne zu schmieden, wie sie ihn unterjochen können. Und in dem Moment fällt er hier auf, also, er hält sich irgendwo fest und fällt auf den Boden. Und fällt mitten in diese Szenerie. Ja, und, ähm, sie wollen ihn dann sozusagen vernichten. Und er stolpert über diesen Stab und im Gegensatz zu den anderen, die nur mit technischen Hilfsmitteln geschafft haben, dieses Ding hier rauszuziehen, schafft es er hier, diesen Stab sofort anzufassen. Und in dem Moment, wo er den Stab hat, kann er auch sofort, ähm, seine magischen Kräfte nutzen. Und schafft es diesen, dieser, äh, Bullenfamilie zu entkommen. Und im Laufe des Abenteuers, äh, sucht er dann den Monkey King auf, tatsächlich, den Monkey King selber. Und dieser teilt ihm mit, dass er möchte, dass er hier, nämlich der Monkey Kid, sein offizieller Nachfolger wird. Und damit beginnen die Abenteuer. Ja, also, gibt es auch den, äh, äh, den Affenkönig irgendwie in der ganzen Geschichte. Der kommt auch als, ähm, eigene Figur mit irgendwo. In welchen Sätzen ist er mit dabei. Aber es dreht sich alles um ihn hier, um den Monkey Kid. Weil er sozusagen die neue Verkörperung von ihm ist. So, das ist die ganze Geschichte im Vorfeld, dass ihr es mal gehört habt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Set. Aber es war mal wichtig, dass ihr das gehört habt, weil, ähm, Lego selber hat gar nicht so viele Infos über die Vorgeschichte, finde ich. Und man muss mal wissen, was man jetzt zu tun hat. So, nochmal zurück zu den, äh, Innereien, bevor wir zum Modell kommen. Also, wir hatten die Packung gezeigt, das hier ist die Anleitung. Die Anleitung besteht aus zwei dickeren und dünneren Anleitungen. Das ist die dünnere, die ist hier so geklammert, ähm, und hat auch weniger Seiten. Und durch die Klammerung habe ich natürlich, schlecht motorisch, wie ich bin, mit meiner wahnsinnigen Kraft das schon rausgezogen, kaputt gemacht. Die Anleitung selber ist gut geschrieben. Es sind insgesamt sechs, äh, Packungen. Was heißt gut geschrieben, gut illustriert. Kennt man normaler Lego-Standard. Äh, es wird hier am Anfang immer eine Tüte aufgerissen, dass man weiß, was man hier aufreißen muss. Ich finde es ganz cool gemacht hier. Wenn etwas fertig ist, kommen da so ein Sternchen drumherum. Hier zum Beispiel auch. Die erste Anleitung beschäftigt sich eigentlich nur mit den Figuren und mit dem Typen hier. Ich glaube, genau das Motorrad wird auch noch gebaut. Ja, das ist Teil der ersten Anleitung. Und die zweite Anleitung ist dann, ähm, der, ähm, das eigentliche, der eigentliche Jet. Und das sind dann die restlichen vier Tüten. Die Anleitung hier ist von der Art her auch anders. Die hat hier so ein Hardcover. Hochglänzend. Das ist matt. Das ist geklammert. Das hier ist geklebt. Deswegen ist die auch ein bisschen robuster. Aber eine schöne Anleitung, nicht zu groß. Passt eigentlich. Hinten ist eine Teileliste. Es waren so ein paar außergewöhnliche Teile drin, denke ich. Ich bin leider kein Experte. Aber ein paar Sachen, die habe ich so noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ad hoc irgendwas finde. Ich weiß nicht. Ich glaube, dieses Teil hier fand ich recht ungewöhnlich. Dieses Teil fand ich recht ungewöhnlich. Das hält hier die, diese Flügel fest. Das müsste das sein, oder? Ich denke schon, ja. Dann haben wir hier so verkromte Auspuffteile. Die machen was her. Was haben wir denn noch? Dann haben wir relativ große Teile. Also diese ganzen hier. Diese Verkleidung von der Düse. Ist relativ groß und wuchtig. Das sind diese Teile hier. Also Lego-Kenner finden vielleicht hier nicht so viel Neues. Aber ich tatsächlich habe über das ein oder andere Teil schon gewundert. Weil ich dachte, oh, das habe ich so noch nicht gesehen. Ja. Genau. Insgesamt, wie gesagt, 529 Teile. In der Anleitung sieht man auch nochmal, welche Sets es momentan gibt. Es gibt offensichtlich 8 Stück. Manche davon habe ich auch schon live im Lego-Laden gesehen. Also hier ihn zum Beispiel, diesen Mac. Mit, ich glaube, 1629 Teile oder irgendwas. 30 Teile. Hier, das ist das größte Set, meine ich. Mit 1900 Teilen. Ja. Ist alles schön und gut. Aber auch alles nicht ganz billig. Den hier habe ich natürlich. Vom Comic-Stil her ist es übrigens ein bisschen anders als für den Yago, finde ich. Es ist comic-hafter gezeichnet. Und auch die Cartoons sind comic-hafter. Bei den Yago ist es ja tatsächlich noch so, dass die Figuren sehr, sehr Lego-ähnlich aussehen. Ja, das ist quasi wie eine Realverfilmung einer Lego-Figur so ein bisschen bei den Yago. Hier, oder auch bei den ganzen Lego-Movie-Filmen oder sowas. Hier ist es tatsächlich eher ein Comic, der in die Stilelementrichtung Lego-Minifigur geht. Nämlich mit den Händen und mit der gelben Hautfarbe und so. Aber das würde auch als normaler Comic durchgehen, ohne dass man sofort sagt, oh, das ist Lego, finde ich jetzt. Also, das ist eine andere Art von Darstellung. Von zeichnerischer Grundlage, sage ich mal. Gefällt mir persönlich sehr gut. Also, finde ich besser als so 1-zu-1-Lego-Figuren nachzubilden. Ja, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Okay, Anleitung haben wir soweit auch. Dann, haben wir das mal weg. Es gab einen Stickerbogen. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt hier drin habe. Da ist er nicht drin. Da habe ich ihn schon entsorgt. Das ist natürlich schade. Ja, der ist auch nicht zu mir drin. Das ist natürlich schade, weil der Stickerbogen hatte insgesamt zwölf Sticker. Ich finde, dieses Set ist relativ verstickert. Es gibt hier leider kein einziges bedrucktes Teil. Das ist, glaube ich, bei den Legosets, die ich bisher zusammengebaut habe, auch in Novum, es gab eigentlich immer irgendwas Bedrucktes. Hier ist alles Aufkleber. Alles, was ihr hier seht, sind Aufkleber. Und auch wenn es nicht allzu schwierig ist, aufzukleben, ein bisschen schade ist es schon. Die einzigen Sachen, die nicht beklebt sind, die aufgedruckt sind, die Figuren selber, die haben halt einen Druck drauf, auf dem Torso oder sogar auf dem Bein. Aber alles andere ist hier tatsächlich ein Aufkleber. Ein bisschen schade das Ganze. Okay, jetzt noch einmal ein Blick auf die Minifiguren. Was haben wir denn hier? Also, das hier ist die Eye. Ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie ein Zivilist, aber wahrscheinlich ist es eher eine Figur aus dem Comic. Kenne ich jetzt persönlich nicht genau. Ich weiß nicht, ob ihr das so einigermaßen seht. Also, die Eye sieht relativ normal aus. Ist auch mal ganz gut, mal normale Figuren zu haben. Für so ein Diorama und so ist das eben auch ganz nett. Oder auch fürs Spielen. Aber sie hat leider ein Problem, die Eye. Sie verliert sehr schnell die Fassung. In dem Fall die Haare. Das hier ist ja ein formschönes H-Set, sag ich mal. H-Teil. Aber das hält nicht richtig. Also, ich wundere mich, dass das nicht abfällt. Also, gerade so. Da, jetzt fällt es ab. Gerade so, dass es nicht abfällt, wenn man sie auf den Dings legt. Aber das ist nicht fest dran. Das kenne ich so von Lego nicht. Das ist arm, sag ich jetzt mal. Das ist nicht schön. Ja, ansonsten macht die Figur halt auch nicht viel her. Das würde mich jetzt nicht stören, aber da muss es wenigstens... Also, wenn schon nichts dran ist an der Figur, muss wenigstens das, was da ist, gut sein. Und das ist nichts. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist hier oben diese Noppe zu groß. Oder eigentlich kann die ja nicht zu groß sein. Dann ist das Ding da oben zu groß. Nee, das ist nichts. Das ist nichts. So, dann zweite Figur. Das ist jetzt ein Böser. Ähm, wie heißt der nochmal? Der? Graul. Aber das ist egal, wie er heißt, weil die sehen... Also, es gibt viele von diesen Minotauren-Soldaten und die sehen im Endeffekt mehr oder weniger alle gleich aus. Das hier ist deswegen so generisch, weil er nicht mal ein Gesicht hat. Das sieht zwar nicht schlecht aus hier mit diesem transparenten, transparent-orangenen Kopf. Aber es ist halt... Er hat halt keine Individualität. Und deswegen ist es auch wurscht, ob der Graul oder sonst wie heißt, einfach nur ein Standard-Soldat. Natürlich hat das den Vorteil, dass man auch so kleine Armeen bauen kann, wenn man möchte. Also, Masse quasi, die man vernichten kann während des Kampfes. Muss ja auch immer sein. Klappt ja auch bei den ganzen Maffelfilmen, sonst funktioniert ja die ganze Schose nicht. Aber, ja. Er hat so eine Art Bazooka oder ich weiß nicht, was das sein soll. So ein Lasergewehr oder Bazooka dabei. Die ist ganz nett, weil die wird auch so ein bisschen noch mit so einem Teil hier angebaut. So, dass es nicht nur so... Ich mag das ja eigentlich gar nicht so bei Lego, wenn das so alles nur so Formteile sind und nichts gebaut wird. Weil dann kann ich auch gleich Playmobil spielen. Das ist nämlich schöner, wenn es nur Formteile sind. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn man schon Lego spielt oder baut, dass dann natürlich auch die Sachen möglichst zusammengebaut sind. Ja, genau. Ganz nette Figur. Eigentlich ist auch nichts Besonderes. Dann hier der Red Sun. Wie gesagt, einer der Antagonisten von Monkey Kid. Hat hier ein Jetpack. Also ein Jetpack ist hier sozusagen um den Hals gelegt. Ich würde jetzt gerne erstmal den Kopf mal abmachen, um das Jetpack wegzutun, dass ihr mal die Figur selber seht. Die Figur selber kommt hier. Also alle kommen mit Wechselköpfen natürlich. Das ist so ein bisschen der Standardkopf mit der Sonnenbrille, mit der coolen. Und der hat hier so rotes Haar. Das hält ein bisschen besser. Nicht super toll, aber hält besser. Das passiert eigentlich, wenn ich ihm das anziehe. Das hält auch nicht gut. Also das hängt nicht am Kopf, sondern es hängt an dem Teil selber. Das sehe ich gerade. Ja. Genau. Er hat so eine Art Kittel hier an. Umhang oder was auch immer. Das kennt man ja. Das ist so ein Plastikstoff. Kennt man aus vom Meister Ruh zum Beispiel. Der hat nämlich auch so ein Ding in Weiß. Und die Waffe, ja, irgendwas. So ein Blaster oder so. Der kann ja irgendwie in den Cartoons seine Hand verwandeln. Oder so eine mechanische Hand oder ein Gerät an seiner Hand, mit der er seine Hand verwandeln kann. Und deswegen hat er auch hier, das zeige ich jetzt gleich, weil es dazugehört, hat er auch gleich die Möglichkeit, hier so einen Greifarm dazu zu machen. Mit dem hat er übrigens auch den Steff vom Monkey King rausgezogen aus dem Stein. Und das erinnert natürlich ein bisschen an Masters of the Universe und den Trap Joe, falls ihr den kennt. Der hat nämlich auch so eine Hand mit so Wechseldingern vorne. Aber ihm fehlt natürlich hier das coole Maschinengewehr. Das hat der Trap Joe nämlich gehabt. Hier kommt ein bisschen Feuer raus. Ja, auch nett. Okay, ansonsten, wie gesagt, hat er ein Jetpack. Das ist ja sozusagen das Highlight von der Figur. Dieses Jetpack hier hat so Gelenke. So Schultergelenke, sag ich mal. Und anhand mit denen kann man das Jetpack relativ gut arrangieren. Also nicht voll beweglich, aber ziemlich beweglich. Und hier unten diese orange Schüsseln, Satellitenschüsseln sind drehbar. Und das ist eigentlich ganz nett. Wenn man es sich jetzt hier so anzieht, dann ist das eine ganz coole Möglichkeit, sich mit dem Monkey Kid anzulegen. Man verfolgt ihn dann quasi mit diesem Jetpack und dann stürzt sich auf ihn herunter. Naja, das ist schon ganz nett. Kann man nicht meckern. So landet er. Wie ein ganz großer. Im Comic ist der ein bisschen heißblütig hier und ein bisschen vertrottelt. Aber so müssen wir ihn ja nicht spielen. Nicht im Comic, im Cartoon. Genau, der Red Sun, also der Gegenspieler von Monkey Kid. Und jetzt der Monkey Kid selber. Ich finde die Figur sehr hübsch gemacht. Die Haare, das Haarteil ist natürlich so klassisch asiatisch, wie es bei so einem Manga oder Anime. Das ist der Wechsel, das Wechselgesicht. Das Ärgerliche und das Clevere. Das Haar hält ganz gut. Dann hat er hier so Kopfhörer. Das ist ganz nett. Ich weiß nicht, ob ihr seht das einigermaßen. Kopfhörer. Und dann ist ja hier bedruckt. Das Oberteil ist bedruckt. Der Torso. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich so die Kleidung für seinen Nudel ausfahren. Und er hat hier unten allerdings auch noch die Beine bedruckt. Und das ist, glaube ich, bei Lego eher was Ungewöhnliches. Und auch cool bedruckt. Hier sieht man hier so einen Schlüsselbund oder so. Eine Schlüsselbundkette. Das ist eigentlich ganz nett. Und hinten noch sein Logo. Das Monkey Kid oder King Logo. Ich weiß nicht, ob das der Monkey King oder Kid sein soll. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Sein Highlight ist natürlich dieser Stab. Ich glaube, im Bereich Star Wars gibt es das Ding auch schon. Weil hier gibt es so ein paar Figuren wie Darth Maul. Die haben ja auch so etwas Ähnliches. Aber was mir gut gefällt, ist diese Vergoldung hier. Ja, so dieses Glänzen. Das gefällt mir gut. Der Monkey King kommt später auch noch mit so einem Stab oder so Stabteilen. Weil eigentlich dieser Stab ja auch so ein bisschen veränderbar ist. Und ich glaube, dass das Lego versucht ein bisschen zu demonstrieren, indem es da noch so Stabteile gibt, mit denen man das ein bisschen kleiner kriegt und so weiter. Ja, also ist ein Highlight dieser Stab, finde ich. Und auch cool, wenn man das Spiel möchte hier zum Kämpfen und so. Und dem Red Sun so eins vor die Glocke haut, wenn der hier so angeflogen kommt. Und runter mit dir. Genau, das sind die Figuren. Vier Stück an der Zahl. Ja, ist okay. Nichts, ich sage mal jetzt nichts, wo man sagt, boah, hat jetzt da Lego viele Figuren mit reingehauen. Aber ist in Ordnung. Gut. Dann haben wir noch ein bisschen was an Teilen übrig. Also was war noch drin? So ein Brick Separator, der in Türkis ist. Ich glaube, ich habe noch nie einen in Türkis gehabt. Ich glaube, die waren bis jetzt immer orange bei mir. Und das ist alles übrig geblieben. Wobei ich mir so im Nachgang gedacht habe, diese vier Teile. Ah, wundert mich, dass da vier Stück übrig geblieben sind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich die vielleicht irgendwo vergessen habe. Ein bisschen Bauchschmerzen habe ich dabei. Beim anderen Zeug glaube ich, dass das relativ klar ist, dass das Doppelte waren. Ja. Okay. Und dann haben wir noch eine Geschichte. Nämlich diese zwei Plättchen. Das sind quasi Ersatzteile, die wir auch brauchen. Aber da komme ich noch darauf zu sprechen, weil das hat was mit dem Action Feature zu tun. So, Figuren jetzt mal weg. Und jetzt kommen wir zum Modell. So. Also fangen wir mal an mit dem, was ich so in Sachen Preis-Leistung denke. Wir haben 529 Teile. Natürlich fließt ein Teil auch hier in dieses Jetpack Wein. Und wir haben ein Modell, das circa 50 Euro kostet. Und wenn man jetzt die Anzahl der Teile mit dem Preis vergleicht, ist dieses Set jetzt nicht total schlecht. Weil ich glaube, so Teile pro Euro oder sowas, oder ja, liegt das Ding, glaube ich, so im Mittelfeld. Wenn man jetzt nur die Teile anzahlen nimmt. Was das Set vielleicht ein bisschen wertvoller machen könnte, ist, dass ich wirklich glaube, dass da ein paar Sachen dabei sind, die es so eher selten gibt. Vielleicht in diesen Farben auch nicht gibt oder vielleicht gar nicht bis jetzt gab. Insofern ist das vielleicht ein angemessener Preis. Aber, ich sage mal so, als Familienvater und jemand, der sein Kind vielleicht beschenken möchte, bin ich mit 50 Euro nicht ganz zufrieden. Ich werde mir im Laufe des Videos noch überlegen, wie viel Euro ich denke, dass das Set wert ist. Und dann werden wir vielleicht das Ganze noch beim Fazit ein bisschen thematisieren. Das Modell selber, finde ich, ist gelungen. Tatsächlich bin ich ganz froh, dass wir mal etwas haben, was nicht so typisch Ninjago aussieht. Weil ich kann echt keinen Drachen- und Donnerjet-Verschnitt mehr sehen. Und das ist jetzt mal ein Jet, der echt mal ein bisschen anders ist. Und in zwei Dingen eigentlich anders ist. Nämlich einmal in der Farbgebung und einmal in der Art und Weise, wie das hier dargestellt wird. Prinzipiell ist das, glaube ich, ein Insekt. Soll das ein Insekt darstellen. Diese Angelteile sind ja höchstwahrscheinlich sowas wie Fühler. Und diese Düsen an den Seiten, die könnten natürlich viel, viel schmaler sein. Es müssten nicht so Wuchtbrummen sein. Aber genau das ist das, was mir am besten an dem Set gefällt. Dass es hier mal so richtig wuchtige, mit großen Teilen so zu Düsen an dem Ding gibt. Die fast größer sind als der Jet selber. Dann hier mit diesem riesen Grill vorne. Das hat irgendwie was, finde ich. Und was mir eigentlich auch gut gefällt, obwohl es sehr unruhig wirkt. Tatsächlich ist es nichts, wo man sagt, das ist ein Modell, was man so ins Regal stellt. Und es fällt da nicht auf. Das Ding ist nämlich natürlich knallbunt. Und das passt aber auch zum asiatischen Markt. Also chinesisch Richtung China, Thailand oder so. Oder Indien. Das ist so. Natürlich sind das so die Farben, die in diesen Regionen gerne genommen werden. Und das finde ich echt mal gut. Es ist sowieso ein Spielset. Also das ist ein Set, das darf auch unruhig wirken. Denn es ist was für Kinder. Lego selbst schreibt auf der Homepage, das ist zum Spielen gedacht. Minifiguren sind dabei. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn Minifiguren dabei sind, ist es für mich eh zum Spielen gedacht. Und insofern, das passt von der Farbbiegung her super. Es passt von der Art und Weise her, wie das hier so gemacht worden ist, mal auch sehr gut, weil es einfach mal was anderes ist. Und insofern, also ich mag das Set. Es gibt aber so ein paar, zwei, drei Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Und da muss man natürlich auch drauf zu sprechen kommen. Was hat das Ding, und das machen wir aber am Schluss, das machen wir jetzt nicht jetzt, weil ich möchte jetzt kurz die Actionfeatures noch vorstellen. Was haben wir nämlich an Actionfeatures bei dem Ding? Eigentlich zwei. Das eine ist, wir haben hier ein Motorrad drin. Die Idee finde ich echt ganz cool, weil das Motorrad, wir haben ja sozusagen zwei Geräte in einem. Also unser Monkey Kit kann zwei Dinge tun. Und das ist einmal eben rumfliegen und zum anderen mit dem Motorrad rumfahren. Und das ist doch schon mal ganz gut für das, also wenn man das hier als Starter-Set sozusagen nimmt, als allererstes Set für Monkey Kit, hat man schon beides so ein bisschen abgedeckt. Und das ist doch geil. Also er sitzt ja eigentlich hier rum und das ist sozusagen auch gleichzeitig das Cockpit. Es gibt ja hier kein anderes Cockpit, wie man unschwer erkennen kann. Und wenn er jetzt hier so angeflogen kommt, so von der Seite und er möchte landen und möchte vielleicht gleich mit in die Action gehen, dann kann man hier, ihr seht hier diesen Hebel, der ist so ein bisschen locker. Und am Anfang dachte ich mir, was ist das? Ich hoffe wirklich, dass es der Abschießmechanismus des Motorrads ist. Und es war aber auch so. Also man kommt hier so und dann drückt man hier so drauf und dann fährt er ja so runter. Und das finde ich echt cool gemacht. Es ist nicht so, dass der da voll raus schießt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich kann ihn über irgendwie drei Meter weit weg schießen, wenn er hier so losfährt. Aber es ist cool, um ihn rauszubringen. Und wenn ich jetzt nochmal so stehe und drücke, ich weiß nicht, ob ihr das so einigermaßen seht, fährt er halt so ein bisschen raus. Man kann aber auch mit Schmackes ein bisschen an die Sache rangehen. Und dann fährt er halt so raus. Eigentlich ganz cool. Wenn er drin bleibt, dann funktioniert der Jet auch als Fahrzeug. Denn ihr seht, der Jet selber hat auch Rollen hier unten. Diese hier, die ich übrigens auch ganz cool finde, weil es nämlich keine Standardräder sind. Und das funktioniert. Es ist kein super smoothes Fahrgefühl. Man muss auch schauen, dass er so ein bisschen hinten bleibt. Wenn man nach vorne geht, dann schleift das hier. Aber wenn man so fährt, geht das. Also zum Anfahren und Anfliegen ist das echt gut geeignet. Und alles andere spielt sich ja ohnehin in der Luft ab. Und wenn das Ding jetzt abgedockt ist, ist natürlich schon die Frage, wie gut ist das Motorrad selber konstruiert. Und wenn man jetzt mal so guckt, das ist immer so typisch Lego. Die Lego-Sachen fahren ja alle wirklich ganz gut. Wobei dieses Gerät hier ein kleines Problem hat. Aber da kommen wir jetzt noch zu sprechen. Wir fangen mal mit dem Motorrad an. Deswegen habe ich zwei Probleme, sage ich jetzt mal. Erstmal zum Design. Also wir haben hier ein Motorrad mit roten Elementen, aber auch ein bisschen Türkis mit drin. Also dieses ganze Set hat grau, rot, gelb, türkis, schwarz und ein bisschen orange mit drin. Das sind so die Grundelemente. Und dieses Modell hier hat ein Lenkrad. Das lässt sich auch ein bisschen justieren. So zwei klappbare Flügelchen, die man hoch und runter klappen kann. Das Lenkrad selber ist auch nach oben, nach unten justierbar. Und wir haben hier den Konnektor für unseren Jet. Der ist wichtig. Und hier vorne noch so, ich sage mal, Maschinengewärte werden das wohl sein. Nehme ich jetzt mal stark an. Wobei das ja auch aussieht wie Konnektoren. Könnte man den eigentlich theoretisch? Ne, den kann man da nicht anschließen. Ich glaube auch nicht, dass der woanders noch angeschlossen werden kann. Ne, ich glaube, dass das tatsächlich Maschinengewärte sein sollen. So, und wir haben zwei Probleme mit diesem Motorrad. Obwohl es ja nicht schlecht fährt, ist es so, man muss auch darauf achten, dass das Ding nicht so ein bisschen zur Seite kippt. Sobald es nämlich zur Seite kippt, kommen wir hier unten an diesen Aufsatz dran. Und dann fährt das Ding nämlich nicht mehr so smooth. Dann fährt es nämlich so ein bisschen gebremst. Ja, man hört es ja auch, dass er dann schleift. Also muss das immer so ein bisschen gerade sein. Und es gibt Fahrzeuge, mit denen macht Fahren mehr Spaß als mit dem hier, weil man zwangsläufig eigentlich immer irgendwie so an die Seiten gerät und das Ding dadurch abgebremst wird. Und das ist nicht so schön. Deswegen, also man hätte vielleicht auch hier unten das sich sparen können und einfach nur hier die Maschinengewärte oder was das sein soll, lassen können. Das da unten finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen unpassend. Wahrscheinlich so eine Art Raketenwerfer oder so darstellen. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen Meckern auf hohem Niveau vielleicht. Was mich persönlich allerdings schon stört, und da hat der Designer überhaupt nicht mitgedacht, also der Monkey Kid hockt jetzt hier in seinem coolen Gefährt. Wir alle wissen aber aus der Vorgeschichte, dass er ohne seinen Stab eigentlich mehr oder weniger nichts wert ist. Also muss er den Stab mitnehmen. Da ist der Stab. Aber wo machen wir den Stab jetzt hin? Da können wir nirgendswo dran klacken. Es gibt hier keine Vorrichtung. Es gibt auch am Jet keine Vorrichtung. Es gibt hier nichts, wo man den dran machen kann. Habe ich nichts entdeckt zumindest. Also wohin damit? Ich kann ihn auch nicht in die Hand nehmen. Wenn ich ihn in die Hand nehme. Also so kriege ich ihn nicht ran. So vertikal kriege ich ihn nicht ran. Horizontal würde es eventuell gehen, wenn ich die Hand ein bisschen drehe. Aber dann sieht mein Kit... Ich hole ihn nochmal raus. Dann sieht mein Kit gar nicht mehr, wo er hinfährt. Das ist erstens blöd. Also so wird es theoretisch gehen. Aber was noch schlimmer ist, also außer dass er nichts sieht, er kann auch nicht mehr in sein Gefährt hier so richtig. Oder? Doch. Naja, könnte er schon. Aber es ist insgesamt ein bisschen doof, finde ich. Also hätte man vielleicht auch anders regeln können. Also ich hätte wahrscheinlich, wenn ich nicht, der es nicht seiner gewesen wäre, hätte ich irgendwo hier so eine Vorrichtung gemacht. Zum Beispiel, hätte ich das so gemacht, dann hier so dran geklackt. Ups, jetzt reiße ich hier alles ab. Hier so dran geklackt. Und dann hätte ich das Ding nämlich dabei gehabt. Das wäre cool gewesen. Das wäre sinnvoll gewesen. Natürlich kann man es auch selber machen. So, ja. Aber dann fehlt natürlich die Hälfte vom Motorrad. Das ist ein bisschen schade. Also das ist so eine Kleinigkeit vielleicht. Aber da denke ich mir, hat der Mann, der das hier gemacht hat, oder die Frau, haben die überhaupt damit gespielt mal? Damit der Monkey Kid hier voll in den Kampf gehen kann? Ich glaube es fast nicht. Okay, na gut. Das ist quasi ein kleiner Wermutstropfen, Wermutstropfen, Wermutstropfen. Aber man kann damit leben. Wie gesagt, man kann sich ein bisschen behelfen. Entweder da dran klacken und das weglassen. Oder irgendwie so quer und dann schauen, dass er möglichst wieder reinkommt. Aber unschön. Beides nicht schön. Ein weiteres Feature dieses Sets und damit auch das letzte Action Feature ist eigentlich das hier vorne. Nämlich das Ding hat solche Plättchen zum Verschießen. Das sind Plättchen, die werden rausgejagt mit diesem Mechanismus hier. Indem man hier so draufhaut, haut das Plättchen auch weg. Ich versuche das mal jetzt zu demonstrieren. Ich hau mal gegen die Wand hier. Und ich weiß nicht, ob ihr das so seht. Ja, und das fliegt auch recht gut weg. Das macht schon Spaß. Muss man nur aufpassen, dass man hier kein Auge trifft oder so. Reinpacken macht man das Ganze. Und deswegen sind das ja auch so Teile. Die habe ich, wie gesagt, so noch gar nicht gesehen. Also reinpacken. Einfach mit so reindrücken. Das funktioniert ganz gut. Und dann geht's weiter. Eigentlich eine coole Idee. Also ich finde das nett. Ich finde das wirklich nett. Fällt mir persönlich. Gut. Das war es eigentlich aber auch schon. Wir haben jetzt hier noch so Flügelchen. Die können wir hier hoch und runter. Das geht noch. Diese Teile hier. Dieser Schittin-Panzer. Den kann man so vor und zurück. So ähnlich wie bei der Feuerschlange etwa. Bei den Iago. Hier diese Auspuffanlage. Kann man hoch und runter noch. Und man kann die Räder hier noch so einklappen. Aber auch nicht beide. Das geht nicht. Also muss man die so in die Mitte klappen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so gedacht war oder ist. Ich glaube es fast nicht. Also ich glaube eher, wenn dann klappt man doch alles um. Ich weiß nicht, wie das gedacht ist. Am besten man lässt es einfach ausgefahren. Fährt man am besten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da fährt man am besten. Hier hinten haben wir noch so zwei Düsen, die das Feuer ableiten. Und wie gesagt, das hier sind relativ wuchtige Teile. Es gibt hier innen unter der Verkleidung einen Punkt, wo Lego wieder irgendwie gespart hat oder so, was die Teile angeht. Und zwar hier werden hellblaue 1x1 Bricks verbaut. Man sieht sie nicht, außer man schaut so rein. Dann sieht man sie schon. Aber irgendwie komisch, dass da jetzt plötzlich hellblau mit drin ist. Kann ich mir nicht erklären. Kann ich mir am besten Willen nicht erklären. Ja, was gefällt mir sonst nicht so gut? Ach ja, hier hinten. Der Schwanz dieses Flugzeugs hier. Der ist wirklich unspektakulär. Also eine riesige Fläche, auf der weder ein Aufkleber noch irgendwas anderes mit drauf ist. Einfach nur rot. Das passt zum restlichen Set überhaupt nicht. Auch diese Dinge hier, die könnte man vielleicht auch bekleben oder irgendwie. Aber das ist nicht so schlimm, weil das im Gesamtkonzept noch okay ist, weil ja relativ viel Zeug da ist. Aber hier diese große, rote Fläche, weiß ich nicht. Die sieht so trostlos aus. Das hätte man auch anders machen können, finde ich. Mindestens ein Aufkleber drauf. Vielleicht sogar ein bisschen anders farbig. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so ein riesiges Formteil sein muss. Und naja, okay. Gut, aber alles andere finde ich gelungen. Und jetzt gibt es nur noch eine Kleinigkeit, die mich etwas stört. Aber die lässt sich nicht verändern oder ändern, weil es ein Action Feature beinhaltet. Und dieses Action Feature möchte ich ja eben nicht missen. Also das Action Feature ist eben das Rausschießen. Das Rausschießen ist ja eine nette Geschichte. Und dadurch, dass es eben eine nette Geschichte ist, möchte man es ja auch nicht missen. Aber das hat natürlich den Nachteil, es hängt alles hier an diesem einen Pin. Und dadurch merkt ihr auch, wackelt hier unser Motorrad ein bisschen. Ein bisschen viel sogar. Hat viel Spiel. Und es ist ja jetzt nicht so, dass das Motorrad nur irgendwie anflanscht. Und man schießt das raus und der Rest passt trotzdem. Nein, das ist ja auch gleichzeitig unsere Flugeinheit, unser Cockpit. Und das ist das, was im Endeffekt immer im Zentrum steht. Es ist ja nicht so, dass das Motorrad hinten ist und vorne ist ein Cockpit. Nein, das ist ja das Cockpit. Also liegt das immer im Zentrum und es wackelt halt immer rum. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, wie kann man es besser machen. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Vielleicht mit zwei Pins und zum Rausschießen. Aber weiß nicht, ob das Rausschießen dann gut funktioniert. Also anders ausgedrückt, entweder hat man so einen Mechanismus zum Raussballern oder man hat ein schönes Cockpit. Und ich persönlich, und deswegen ist das für mich nur ein halber Kritikpunkt, habe lieber dieses Motorrad. Mit Abstand lieber dieses Motorrad. Und deswegen ist das für mich eigentlich auch okay. Ja, okay. Nee, also das sind so die Kritikpunkte. Im Großen und Ganzen ein Set, das mir sehr gut gefällt. Ich glaube sogar, dass es besonders gut meinen Kindern gefallen wird, weil es eben so bunt ist und cool ist und nicht so Standard ist. Und die Features hier zum Spielen und zum Rausschießen und so, das finde ich echt ganz gut. Und mir persönlich gefallen, wie gesagt, hier diese wuchtigen Ansaugdüsen. Echt cool. Ja. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Fazit. Denn mehr habe ich zu der ganzen Geschichte nicht zu sagen. Unser Monkey Kit Cloud Jet Volken Jet ist ein Modell, das, finde ich, mit relativ viel Liebe zum neuen Franchise, zum neuen Modellserie gebastelt worden ist. Hat aber längst ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht so gut gefallen. Das ist einmal die Aufkleberflut, die ich für ein Set dieser Größe ein bisschen zu viel finde. Also, wie gesagt, ich glaube, es sind zwölf Aufkleber gewesen. Aber ihr seht ja selber hier da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Vielleicht sogar, ne, es sind eigentlich mehr sogar als zwölf gewesen. Oh, jetzt ist das Ding auch noch abgefallen. Das habe ich ja super hingekriegt. Naja, baue ich später wieder dran. Ähm, ja, also das könnte vielleicht auch mal durch ein bedrucktes Teil abgelöst werden. Das kann doch nun wirklich nicht so schwierig sein, mal so ein paar Teile zu bedrucken. Das ist echt schade. Und wenn man die Aufkleber in diesem Set nicht dran machen würde, dann geht dem Set einiges verloren. Also, mindestens diese asiatische Flair, finde ich. Dann quält mir nicht so gut dieses lange Teil, was hier so völlig langweilig da hinten raussteht und auch konträr zum Rest. Dann, ähm, wie gesagt, das Unterbringen dieses Stabes ist nicht gelöst worden. Und ein halber Kritikpunkt ist das Gewackel hier vorne. Aber, wie gesagt, nur deswegen halber Kritikpunkt, weil ich denke, dass es vielleicht gar nicht anders machbar ist, wenn man ein Motorrad haben möchte. Was mir allerdings sehr gut gefällt an dem Set ist, wie gesagt, die ganze Attitude, ähm, sozusagen der Lifestyle, den dieses Ding darstellen soll. Hier dieses China-Konzept und, ähm, dieser leichte Kitsch, der gefällt mir gut. Dass das ein Flugjet und gleichzeitig ein Motorrad ist und man das so rauchschießen kann, finde ich cool. Den Monkey-Kit als Figur finde ich cool gemacht. Die anderen, die hier dabei sind, sind, ja, Standard, nix Besonderes. Und dann bleibt ja zum Schluss eigentlich nur noch was zum Preis zu sagen. Und jetzt stellt sich die große Frage, 50 Euro, 530 Teile dieses Set. Ja, und da muss ich aber doch mal sagen, ist mir persönlich zu teuer. Also, das Ding hier ist mir für 50 Euro nicht groß genug. Es ist zwar nicht klein oder, oder mickrig oder, oder nicht gut ausgestattet in dem Sinne, aber es ist auch kein Set, was ich gerne, wo ich gerne 50 Euro investieren möchte. Und als Spielset für ein Kind sowieso schon gleich gar nicht mehr, der vielleicht dann sehr schnell Teile verliert. Da ist mir das alles ein bisschen zu teuer. Ein guter Preis, oder ein guter, nee, sagen wir mal ein angemessener Preis. Ein angemessener Preis für die ganze Geschichte wären, glaube ich, so 39 Euro gewesen. Ein Zehner weniger. Da wäre ich, glaube ich, ganz einverstanden gewesen. Ich will nicht sagen, dass das für 50 Euro ein schlechtes Set ist, also kann man trotzdem kaufen. Ich habe es ja gekauft. Ich würde es jetzt auch nicht mehr zurückgeben, wenn man mir das anbieten würde. Aber es geht natürlich schon ein bisschen moderater. Und ja, ich bin mal gespannt, ob dieses Set oder die ganzen Monkey Kid Sets irgendwann mal im normalen Laden auftauchen. Also, wie gesagt, es wird ja vermutet, dass das nicht passieren wird, weil es für den asiatischen Markt gedacht ist. Ich persönlich glaube nicht, dass es nur für den asiatischen, für den chinesischen Markt gedacht ist. Ich denke auch, dass das, je nachdem, wie das hier ankommt, natürlich auch in Europa und Amerika oder sonst wo verkauft wird, regulär. Bei Ninjago wird es ja auch gemacht. Und deswegen denke ich schon, wenn das so ein bisschen Erfolg hat, aber dafür muss man es vielleicht auch ein bisschen mehr bewerben. Ich bin mal gespannt. Die Cartoons, glaube ich, gibt es hier noch gar nicht. Wenn es mal ein bisschen bekannter wird durch Cartoons, und das ist ja sozusagen der Schlüssel zu der ganzen Sache. Sobald mein Sohn irgendwie ein Monkey Kid Cartoon sieht, dann interessiert ihn das Thema plötzlich für zwei Monate, drei Monate super brennend. Und dann möchte er T-Shirts, Lego-Sets, Mäppchen und sonst was von dem Thema haben. Im Moment ist es halt noch hier in Ninjago, aber das kann sich mit Monkey Kid eigentlich sehr schnell ändern. Deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie nur auf den Raum hier begrenzt sein wird. Ist es ja sowieso nicht. Ihr könnt es jederzeit im Lego-Shop kaufen. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich hier präsentiert habe. Und ihr könnt mit der ganzen Geschichte hier was anfangen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann gebt mir einen Daumen runter, das ist dann auch okay. Ein Abo wäre natürlich supi. Und natürlich gerne auch Kommentare, denn das ist ja jetzt mein erstes Monkey Kid Set. Und ich würde gerne mal wissen, was ihr von Monkey Kid haltet. Habt ihr auch schon ein Monkey Kid Set? Und wie gefällt es euch? Wie findet ihr den ganzen Franchise? Ja, das war es. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, es bleibt mir gewogen. Und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.